I-Muscle Wer sich gezielt ein Trainingsprogramm für bestimmte Muskeln zusammenstellen möchte, wird bei I-Muscle gut bedient. Ein 3D-Muskelmann zeigt interaktiv Dreh- und Zumba den menschlichen Körper. Mit Stecknadeln kann man nun jeden einzelnen Muskel markieren, hier wählen wir etwa einen Delta-Muskel. An Tippen in der App reicht, um verschiedene Trainings- und Dehnübungen in einer Sprechblase einzublenden. Jede Übung wird mit schicken Animationen erklärt. Über Add to Workout lässt sich ein Trainingsplan erstellen. Der Plan läuft komplett als Animation ab, in der man beim Training dem 3D-Muskelmann zusehen und eigene Hintergrundmusik abspielen kann. Es ist auch möglich, gezielt nach einem bestimmten Muskel zu suchen. Eine umfangreiche alphabetische Liste und eine Suche sind integriert. Für Einsteiger ist die App kaum geeignet. Bei den Übungen kommen nämlich oft Geräte, wie Seilzug, Lang- und Kurzhanteln, Butterfly-Maschine, Gymnastikball, Halterungen für Klimmzüge, verstellbare Bänke und mehr zum Einsatz. Für den Profi-Nutzer ist die App sehr nützlich. Mehrere Anwender können sich mit Profilen anhand einer Übungsliste Workouts zusammenstellen und speichern. Abgeschlossene Trainings oder erstellte Workouts kann man per Bluetooth verschicken. Der Fortschritt beim Training wird ebenfalls protokolliert.